Hallo und guten Tag. Wir vom Team Stadtfrisseur bieten verschiedene Lösungen beim Haarverlust. Kurzfristige Haarverdichtung, Haarverlängerung, Toupets und Perücken. Eine kurzfristige Lösung halte ich hier in der Hand, hält leider nur bis zur nächsten Haarwäsche. Eine dauerhafte Lösung präsentiere ich Ihnen jetzt. Die kurzfristige Lösung der Puder wird zur visuellen Haarverdichtung benutzt. Das Toupet ist eine Lösung für viele Probleme, die die Männer heutzutage haben. Sprich die Kranzfrisur an den Seiten, Hinterkopf, noch Haare, aber oben teilweise Licht oder gar nichts mehr. Hier kann ich das Toupet dauerhaft nutzen und verkleben mit einfachen Stripes. Das Ganze ist sehr angenehm zu tragen und sehr einfach in der Handhabung. Das Haarteil, das Sie hier sehen, dient der Haarverdichtung. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Das Haarteil ist eine dauerhafte Lösung und bringt Volumen und ein großes Stück Lebensqualität zurück. Dieses Perückenmodell, das Sie hier sehen und noch viele andere, werden genutzt. Entweder zur mittelfristigen Lösung bei Haarverlust durch Chemotherapie oder langfristig durch einen Haarverlust bei Alopecit totalis oder Universal. Und zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020